Ich ging im Walde so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümlein stehen, wie Sterne leuchten, wie Äuglein schön. Ich wollte es brechen. Da sagte es fein, soll ich zum Welten gebrochen sein? Soll ich zum Welten gebrochen sein? Ich grobs mit all den Würzlein aus. Zum Garten droge ich's am hübschen Haus und pflanzt es wieder am stillen Ort. So zweigt es weiter und blüht sofort. Zum 25-jährigen Kennen seiner Frau Christiane hat das Goethe geschrieben im Jahre 1813. Es ist das Gegengedicht, so sah ein Knab ein Röslein stehen. Herzlichen Glückwunsch, Hildegard Lutz, zum 93. Geburtstag. Und euch allen ein gutes Aushalten der Beschränkungen. Gesund bleiben, gesund werden. Alles Gute, euer Ernst.